eigentlich muss ich sagen dass ich solche videos nervig finde also sie mir nicht anzugucken sondern sie aufzunehmen aber wir machen es trotzdem heute mal weil wir müssen einfach mal reden einige von euch fragen sich jetzt bestimmt warum es dienstag und donnerstag kein stream gab und wo irgendwie das nächste arg storytime video bleibt oder wann das generell kommt und was soll ich sagen die leute die im letzten stream dabei waren haben schon gemerkt dass arg mich nervt und das auch völlig zu recht weil an den einem tag kommt ein update raus was wieder mal viel zu lange gebraucht hat bis es runtergeladen worden ist aber das ist ja auch ein leidiges thema was wir schon kennen und am nächsten tag wenn ich mich dann ein logo um zu streamen ist die ganze base weg weil einfach durch das update alle mods installiert beziehungsweise deaktiviert wurden was nicht nur dazu geführt dass die base weg war sondern eben auch ressourcen und auch einige dinos die einfach jetzt auch nach einem backup und wiederbringlich weg sind weil ich war auch an diesem tag nicht der einzige dieses problem hatte der chat war voll mit leuten die genau dasselbe probleme an das arg ihn mal wieder einen strich durch die rechnung gemacht hat und das ist für mich auch nur eines von vielen beispielen die arg bietet worüber man sich aufregen könnte und für mich ist es einfach so dass mir dieses spiel zum aktuellen stand überhaupt keinen spaß macht und deswegen wäre es für mich einfach auch ein krampf videos dazu aufzunehmen weitere punkte hier ansprechen möchte ist für mich einfach auch die community etwas auch schon in einigen streams erwähnt damals schon viel darüber unterhalten dass ich finde dass einige leute aus der community extrem kleben geblieben sind weil irgendwie arg der mittelpunkt des lebens zu sein scheint und es gibt nur arg es ist schon fast wie so eine religion ganz komisch auf jeden fall aber was genau meine ich damit es sind eben kommentare die dann meinen mich ständig verbessern zu müssen weil ich ja gar kein profi bin übrigens nico der profi ist eine anspielung auf leon der profi nur mal so nebenbei für die leute die es immer noch nicht gecheckt haben und andere kommentare verstehen einfach nicht dass arg storytime ein komplettes unterhaltungsformat ist und es geht nicht immer darum das richtige zu tun oder so effizient wie möglich zu sein sondern es geht um den spaßfaktor bei der ganzen sache und das sind so die kommentare die mich aufregen aber mein persönliches highlight ist folgender kommentar gewesen bei dem ein spieler laut eigener aussage 3000 stunden in arg hatte und beim zuchtvideo darunter geschrieben hat naja das macht man nach 3000 stunden einfach alles nach gefühl ich frage mich dann persönlich wie das genau nach gefühl ablaufen soll weil die zucht nach schon einem gewissen schema folgt das ist quasi ein blueprint den du anwenden kannst und damit funktioniert ich frage mich ob solche leute dann auch einfach bei mathematik damals gesagt haben ach ich mache das nach gefühl und dann wort aus 1 plus 1 3 das meine ich also mit kleben geblieben da ist arg einfach ein sehr zentraler punkt in dem leben was auch gar kein problem ist aber dann nervt mich damit nicht und das ist teilweise auch sehr toxisch und teilweise wurde sich sogar dafür im discord gefeiert wenn man besonders gemein und kritisch war in den kommentaren wo man den content ja eigentlich feiern würde und das sind sachen die ich nicht verstehe besonders das was dann auch im discord abblief und ehrlich gesagt war das auch damals ich bald schon mal eine längere zeit verschwunden von der plattform zumindest aktiv ein grund für mich warum ich gesagt habe ich mache jetzt keine videos mehr weil das muss ich mir tatsächlich nicht geben dazu kommen dann noch kommentare die mich als ihr persönliches google sehen natürlich beantworte ich auch viele fragen aber dazu sei auch mal gesagt dass die leute die halt eben so viele einfache fragen haben die sich nach einer sekunde googeln klären würden es den leuten einfach versauen die vielleicht einfach eine schwierige frage haben wo man auch schon mal nachdenken muss um die beantworten zu können die sich vielleicht nicht so leicht googeln lässt weil sowas nervt natürlich das finde ich teilweise auch einfach frech weil ich bin nicht euer persönliches google aber das mache ich eben mit kleben geblieben aber eben dieses kleben bleiben auf einem spiel ist überhaupt nicht meins es bin überhaupt nicht ich bin eigentlich jemand der viele spiele spielt natürlich gibt es auch immer mal wieder so ein zwei sucht games wo man extrem viel zeit investiert das ist auch völlig klar aber eigentlich bin ich niemand so der wirklich auf einem spiel komplett bleibt und das dann für den rest des lebens spielt und ich glaube ich habe noch nie so viel zeit investiert wie in arg das sind mittlerweile um die fünf oder 600 stunden aber ich persönlich möchte einfach meinen blick auch nicht auf nur ein spiel beschränken auch nicht irgendwie auf eine meinung oder eine welt anschauen weil das bin wie gesagt nicht ich dafür bin ich viel zu offen als dass ich immer nur dasselbe tun könnte und damit glücklich wäre und damit kann ich mich eben überhaupt nicht identifizieren und ich möchte auch keiner dieser kanäle sein die irgendwie immer dasselbe machen und dann uninteressant werden und dann irgendwann komplett in der versenkung verschwinden nur weil die community ein war so hart darauf gepocht hat dass immer dasselbe gemacht wird habe selber schon kanäle gesehen die ich auch selbst gefeiert habe die mich aber selbst nicht mehr interessieren weil sie immer das gleiche machen weil die community einfach so eingefahren ist nur das eine akzeptiert was ich schade finde weil eben genau dieser kanäle eben auch andere sachen gezeigt haben die ich super unterhaltsam fand wo sie auch noch viel besser zur geltung kam als bei dem hauptspiel was sie immer gemacht haben deshalb möchte ich mich eigentlich an eine sache halten die coach steph kennt ihr vielleicht auch in einem seiner videos gesagt hat dass man einfach so sein soll wie man ist damit man eben auch leute anzieht die ähnlich sind wie man selbst und ich kann mir vorstellen dass wir da auch schon viele von in der community haben aber es ist ja wie so häufig einfach ja dass die negativen leute sehr viel lauter sind als die sie sehr zufrieden sind mit dem was auf dem kanal passiert was heißt das jetzt also für den kanal ich werde mich jetzt von arg einfach erst mal weg bewegen was heißt hier in diesem fall weg bewegen ich werde erst mal kein arg mehr machen bis ich das gefühl für spüre doch wieder ein arg video machen zu wollen und dann eben auch mit voller leidenschaft und vollem spaß damit für euch einfach auch interessant ist das heißt aber im umkehrschluss auch dass jetzt hier wahrscheinlich mehrere spiele folgen und ich auch mehrere formate ausprobieren werde einfach so um meinen jam zu finden um zu gucken wo ich hin möchte was ich so auf dieser plattform machen möchte und auch an dieser stelle sei noch mal gesagt nein das heißt nicht dass jetzt hier alle in der community irgendwie du ließ sind und mir auf den nerv gehen aber es ist eben ein teil der mich sehr sehr stark nervt und ich finde es hängt auch sehr stark mit dem spiel zusammen deswegen möchte ich mich da einfach von ein bisschen distanzieren und das heißt auch nicht dass arg ein schlechtes spiel ist wie gesagt ich habe selber fünf bis 600 stunden da rein gebuttert in das spiel und es hat auch immer sehr viel spaß gemacht und ich wünsche euch gerade die die jetzt neu dabei sind sehr viel spaß mit dem spiel die videos werden ja weiterhin auf dem kanal bleiben und werden euch auch weiterhin helfen und auch den start in arg ermöglichen bzw erleichtern ja das ist das was ich einfach mal so loswerden wollte ich weiß jetzt wieder wie die kommentare aussehen werden einige werden wir wieder sagen dass ich sowieso machen soll was ich möchte und das werde ich diesmal dann tatsächlich auch tun andere werden mir sagen nein mach nur arg ich die abonniere ich ihr könnt gern den kanal deabonnieren das ist ja gar kein problem so also es trinkt euch ja keiner hier zu bleiben ansonsten freue ich mich auf die die hier bleiben sich das video komplett angeguckt haben und freue mich auf die zeit und hoffe dass ich viel ausprobieren kann und wir einfach konnten auf dem kanal haben der uns allen spaß macht und vor allem mir spaß macht weil das ist ein hobby hier und das soll es auch sein und sollte es auch anfühlen ja das ist alles was ich dazu sagen kann ich werde jetzt irgendwas aufnehmen wir sehen uns im nächsten video vielen dank fürs zuschauen und bis dahin